Guten Morgen! Es regnet leider schon die halbe Nacht und den ganzen Vormittag. In der Zwischenzeit sind wir zu viert. Dominik und Nicole haben uns besucht und konnten sich gleich von der Gemütlichkeit des Bootes überzeugen, denn wir haben kurzerhand einen Filmvormittag eingeführt. Gegen Nachmittag beruhigte sich dann das Wetter, die Sturmböen haben nachgelassen, die Welle wurde wieder niedriger, sodass wir noch einen richtig geilen Segeltag erleben durften. Und wir klappten. Super. Super Tag. Von ganz schlimmen Regen, ein bisschen zu Gewitter, Windmöen, gar kein Wind, scheiß Welle. Und jetzt ein toller Tag. Um, 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 Und da. Okay, gut, gut. 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 Bis zum nächsten Mal. Da das unser letzter Urlaubstag war, wollten wir einfach nicht nur den Urlaub mit einem gemeinsamen Essen abschließen, sondern nutzten die Gelegenheit, den tollen Sonnenuntergang live vom Boot aus anzuschauen. Musik 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 Das war das Ende unseres Urlaubes. Wir hoffen ihr hattet mit dem Film genauso viel Spaß wie wir in unserem Urlaub. Am nächsten Tag haben wir das Boot dann ausgegrant und wieder gut auf der Wiese verpackt. Es hat allerdings so stark geregnet, dass wir auf das Filmen mit der Kamera verzichtet haben. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.